4,39% im Westen und 5,86% im Osten mehr Rente. Rentenerhöhung zum 1.7.2023 bekannt gegeben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nun haben wir endlich die Zahlen schwarz auf weiß auf dem Tisch. Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeiten Soziales, hat am Rande seiner Kanada-Reise bekannt gegeben, dass die Renten zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39% und in Ostdeutschland um 5,86% steigen. Damit gelte in West und Ost dann ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Wegen der höheren Lohnsteigerung im Osten werde die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher erreicht, also zum 1.7.2023 als ursprünglich zum 1.7.2024 erwartet. Meine Damen und Herren, damit bewahrheitet sich es wieder. Zum einen die Rentenerhöhung, die Ankündigung kommt immer so am 20. März, 2023 oder immer am 20. März eines Jahres. Und zum zweiten, was auch ganz wichtig ist, hier in dieser Rentenerhöhung sind die aktuellen Zahlen und nicht das, was im Rentenversicherungsbericht im letzten Jahr 2022 irgendwo niedergeschrieben steht. Das heißt also, die Rentenerhöhung fällt offensichtlich mit 4,39% im Westen doch höher aus als die prognostizierten 3,5% und im Osten mit 5,86% doch wohl auch ein wenig höher aus als die prognostizierten 4,2%. Nun sind wir endlich schlauer. Nun haben wir die Gewissheit, zum 1.7.2023 werden die gesetzlichen Altersrenten, die gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten, die gesetzlichen Hinterbliebenenrenten, die gesetzlichen Verletztenrenten, also die Unfallrenten und auch die gesetzlichen Renten in der Altersversorgung der Landwirte um die entsprechenden Referenzwerte, die ich gerade genannt habe, steigen. Gleichzeitig steigen auch zum 1.7.2023 die Einkommensfreibeträge bei der Witwen- und Witwerrente. Ich finde, keine schlechte Rentenerhöhung. Natürlich bleibt sie unter den Inflationsbedingungen, aber dennoch immerhin kein schlechter Pfennig Geld, den die Rentnerinnen und Rentner 21 Millionen im Jahr 2023 zum 1.7.2023 mehr bekommen. Von dieser Rentenerhöhung profitieren selbstverständlich die Bestandsrentner und auch die Neurentner, also diejenigen, die ab dem 1.7.2023 erstmals eine Rente bekommen. Ich finde, keine schlechten Nachrichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und die Rentenerhöhung 2023 eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel